Entschöne und bonjourne meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal Kalle Zwaschinski. Ich bin Kalle Koschinski und das ist mein Zweitkanal und ab und zu lade ich ja hier mal so ein Handy-Video hoch. Und ihr seht schon im Hintergrund, oder ihr hört es, es heilt hier noch ein bisschen. Ich bin nämlich kürzlich umgezogen, da die privaten Umstände das quasi notwendig gemacht haben. Ganz kurz angerissen, Schuyuk und ich haben uns heuer in der grauen Zeit getrennt und dementsprechend bin ich jetzt in eine eigene Wohnung gezogen. Und ja, deswegen war ich so ein bisschen Umzugsstress und deswegen kamen jetzt hier so ein paar wenigere Videos. Und ich wollte die Gunst der Stunde einfach mal nutzen, um euch die Möglichkeit zu geben, mir generelle Fragen zu stellen. Kleiner Disclaimer, ich werde zu dieser ganzen Schuyuk-Thematik hier nichts sagen. Also auch zu der Trennung oder so, da braucht ihr gar nicht nachfragen. Aber wenn ihr sonst irgendwas von mir wissen wollt, haut das gerne mal in die Kommentare. Dann mache ich hier vielleicht ein Folge-Video jetzt noch im Laufe der Woche. Das würde mir auf jeden Fall Upload-technisch ganz gut tun, weil ich dann nicht hier eine Stunde irgendwas aufnehmen muss. Und ihr kriegt nochmal so ein bisschen Input. Eine Room-Tour, vielmeicht mache ich eine kleine, wenn hier alles fertig ist. Aber eigentlich muss ich mal schauen, habe ich da nicht so Bock drauf. Aber dadurch, dass die Wohnung jetzt nicht mega groß ist, aber super geil dafür. Na ja, Einbauküche, Fußbodenheizung, Regendusche, alles mit dabei. Und wie ihr seht, mein Setup ist auch schon aufgebaut. Ich gehe jetzt auch gleich live auf Twitch. Also wenn ihr ein Video am Nachmittag irgendwann seht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch was dazu sehen können im Stream. Also meinen Stream könnt ihr denn sehen. Ich glaube aber scheiße. Schaltet ein. Ansonsten haut die Fragen in die Kommentare. HDGDL. Adieu mit euch. Tschüss.